Heyho Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight, wieder als Survivor und wieder mit Ruby. Hallo! Hallöchen! Diesmal sind die Rollen verteilt. Nein, ich spiele nicht die Frau und sie nicht den Mann, sondern wie es ist gemacht, dass sie hat den Hauptschlüssel und ich habe die Karte. Denn auch diesmal wollen wir elegant durch die Luke verschwinden und das soll jetzt diesmal auch, wir sind wieder beim Willen anwesend, oder? Und wir haben beide eigentlich als Opfergabe genommen zum Autoschrottplatz, aber naja. Oh, er ist schon in unserer Nähe. Da fängt er wieder super an. Er hat mich... Ich konnte nicht aufstehen. Das ist ab und zu ein bisschen buggy. Ach ja, ist der Trapper. Ja, Trapper. Keine Ahnung, wo der ist. Oh Mann, der jagt dich jetzt irgendwie hinterher. Naja. Und ich habe das Gefühl, ich renne so langsam. Äh... Ich... Keine Ahnung, ich renne einfach mal. Ja. Ist er noch hinter dir her? Ja, keine Ahnung, aber da ist ein Hafen, der bearbeitet wird. Ah, sehr gut. Ich höre da einen leichten Herzschlag noch. Ich habe jetzt die Hälfte vom Generator. Ja, irgendwie ist er wieder hinter mir her, aber keine Ahnung, wie der mich gefunden hat. Oh, ja jetzt... Was, der hinter dir hin? Ja, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ja. Hebt er mich hoch und da... Ah. Der trägt mich nicht zu diesem Haken, das glaube ich nicht. Ja, den sieht man als Killer nicht. Also der ist nicht... Ja, der war... Er ist daran vorbeigelaufen. Ja. Er stellt eine Falle auf, direkt vor mir. So, erstmal hier ein paar Linken machen. So. Und dann... Er läuft Richtung Generator, der an ist. Und da kommt jemand angeherannt, um mich zu retten. Das... Ist gut. Rettet der dich auch? Oder muss ich da jetzt hinlaufen? Ja, scheiße, der Killer ist da. Ach man, immer diese... Aber der Falle ist wenigstens entschärft. Und verfolgt den anderen. Da ist noch jemand. Ja, ich komme gerade. Es kommen zwei herangeherannt. Das ist sehr nett. Ich will, ich will. Oh man, ich würde die jetzt gerne so schnell wegboxen. Weißt du, und mich kriegt er dann wahrscheinlich am Ende. Und ich habe nichts davon gehabt. Ich habe das Gefühl, der verfolgt mich wieder. Oh, da ist eine Falle. Die würde ich eigentlich gerne entschärfen. Keine Ahnung, der verfolgt mich wieder. Nicht die Karte lesen. Du sollst die... Ach so, oder... Ach so, die ist schon kaputt. Ach so. Der hat mich gleich wieder. Ich komme. Ja, Entschuldigung, andere Ru... Äh, nicht andere Rupee. So. Eben, wenn ich störe. Ja, dann soll es so sein. Ach, du warst ja schon mal am Haken. Ja, aber ich habe noch nicht gestruggelt. Okay. Hoffentlich bringt er dich gleich zu dem... ...den ich da sehe. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache es einfach ganz... Hier hinten, neben dem Schrank, direkt hinter dem Killer, sitzt die andere Rupee. Und sie holt mich jetzt runter. Nein. Lass dich nicht nochmal erwischen. Ja, er verfolgt mich, glaube ich. Ach. Oder? Ich mache... Ja, er kommt zu mir. Sehr gut. Ich lasse ihn in die Luft gehen, wenn er... Nein, er ist bei mir, er ist bei mir. Hallo, da bist du. Warte, ich versuche... Nein. Das wäre jetzt... Weil ich versuche, mich dazwischen zu werfen, aber er ist so schnell. Ja. Oh, jetzt hat er dich erwischt und geht wahrscheinlich gleich hin. Der Haken dorthin ist abmontiert. Aber der andere nicht. Ich bin tot. Ach gut. Fuck, ich hätte den Stunt können, aber das ging nicht. Ah, er kommt zu mir. Nein, du bist tot. Mein Ausgang ist weg. Viel Spaß beim Luke suchen. Äh, öffnen. Ah, klar. Er hat mir noch einen mitgegeben. Jetzt wäre mir das Medikit lieber. Wo sind denn die ganzen Nichtsnutze? Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Pinkie Pie ist gefallen. Wie gefallen? Über seine eigenen Füße? Ja, er sitzt auf den... ...Schultern und jetzt am Haken. Ich liege da. Der hat einen Disconnect gemacht. Ach, nee. Also dieser... Der macht jetzt eine... ...ne Falle, die so halbsicht... ...nur halbsichtbar ist. Ich sehe es halt wegen meinem Perk, aber... Also, was ganz schlimm ist, das ist ein Rang 14 Killer, der nur den Perk Detektivmütze hat. Und der hat mich so gut gefunden. So, jetzt kommt die Rettungsaktion. Ja. Es ist dämlich gewesen. Ja. Aber wenigstens ist sie am Haken. Das spricht nicht deinem Namen. Lass mich in Ruhe. Töte sie. Das wird doch wohl reichen. Jetzt lässt sie mich wieder runter. Was geht denn mit dem ab? Ich könnte die... Achso, ich kann ja hier die... Boah, wenn ich jetzt noch mich frei wiggeln könnte. Und dann... Und dann, wo die Luke ist. Jetzt, er sucht schon. Ich glaube, da hinten ist der Keller. Aber er bekommt ja eh Abzug wegen... Ja, aber das ist ein bisschen da. Wenn er mich ablegt. Oh, ich hab's gleich. Der sieht gut aus. Super. Ich glaube, der hat mich gleich wieder. Ja, der findet dich überall. Aber wieso lässt der mich nicht? Vor allem, wo ist die Luke? Ich kann jetzt nicht gucken. Hat der mich verloren? Lauf weiter. Nein, nein, der... Ich hab die Luke gesehen. Hast du sie gesehen? Ich hab sie gesehen. Wo denn? Ich hab sie nur gehört. Hier ist die Luke. Super. Ja, ich bin raus. Hammer. Wahnsinn. Tja. Da... Also, hast du jetzt die Karte benutzt? Ja, ja, ich hab die Karte benutzt. Ich hab das nicht gesehen. Ja, so war's bei mir letztens bei dir, als du gesagt hast, das blinkt so rot auf. Aber das hab ich da auch nicht gesehen beim Zusehen. Ja, also verdient weitergekommen natürlich. Das war wunderschön und auch noch die meisten Punkte. Sogar noch ein bisschen mehr als der Killer. Sehr gut. Also wieder mal sehr erfolgreich. Ein perfektes Duo. Also, wieder Bewertung nicht vergessen. Ein Kommentar wäre auch schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.